Die abschließende Bewertung dieses CO2 CREA Artikels ist 9.4 von insgesamt 10 Punkten. Es stellt sich heraus, dass es das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Für diese Eigenschaften wird es sehr geschätzt. Robustheit, Preis-Leistungs-Verhältnis, Qualität, Haltbarkeit, für unterwegs, Ladeleistung. Am Ende der Beschreibung dieses Videos finden Sie den Link zu weiteren Informationen oder den aktuellen Preis dieses Produkts. Die Gesamtnote für diesen Ankerartikel lautet 9.4 von 10 Punkten. Es ist derzeit das naheliegendste in dieser Auswahl. Seine Besonderheiten sind Ladeleistung, Preis-Leistungs-Verhältnis, Robustheit, für unterwegs. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Produkt-Link mit weiteren Informationen und dem aktuellen Preis. Anker hat ein Produkt hergestellt, dem wir eine Gesamtbewertung von 9.4 von 10 Punkten gegeben haben. In dieser Auswahl ist es das Beste. Dies sind seine Stärken. Einfach zu halten, Stauraum, für unterwegs, Robustheit, Ladeleistung, Qualität, Haltbarkeit. Sie können dieses Produkt kaufen oder weitere Informationen erhalten, indem Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung klicken. von drei Minuten, zum 3.4 von 10 Punkten. Volk zu halten!